Scheißblock, der sich aber hier so aus... ja, ich wusste es. Ach du Kacke, wo kommt dieser Lavastrom her? Ja, kein Wunder, dass ich da gerade verrenkt bin. Hätte ich ja ewig suchen können. Wusstest du nicht lassen, der war direkt vor dir. Äh, nö, der kommt von einer Höhle über mir. Und fließt da seit keine Ahnung wie vielen Äon fließt er da lang. Und ich mache hier gerade wieder ein bisschen Licht. Und ich muss mich jetzt hier irgendwie langbuddeln, damit ich an den scheiß Ursprung da rankomme. Damit ich wenigstens einen Eimer Lava noch habe. Oh, seriously. So, machen wir den schon mal. Und dann kann ich ja weiter suchen nach Lava. So ein Lava sehen wir jetzt praktisch. Oh, ne Fledermaus. Süß. Machen so lustige Geräusche. Und dann ist ein neuer Plikost von Halloween Glitzer Spray. Ah. Aber sollte ich irgendwann den Wahn verfallen und, äh, in den Nähter gehen und Wither Skeletons killen und drei Wither Skeleton Heads zusammenbekommen, Bevor ich den Wither spawne, töte ich mich am besten einfach. Wobei, ne, besser nicht. Beziehungsweise wenn, dann muss ich gebührenden Abstand zu unserer Behausung halten. Nicht so gut. Ach stimmt, das Ding spuckt auf einen Creeper, ähnlichen Zeug, oder? Ja, das Ding spuckt mit Feuer und, beziehungsweise ist im Endeffekt eine fliegende Tourette-mäßige TNT-Kano, die die alles um sich herum weg sprengt. Sollten die Frauen gehen nicht einfach zum Psychologen, die können ihnen helfen. Sie werden ihnen sowas sagen, was sie für Probleme haben, aber immerhin, sie sagt ihnen, was sie für Probleme haben. Ja. Hm, ich versteh sowas nicht. Ja, der Psychologe ist doch ein Freund. Wenn, komm mal hin, wenn gar, ach, ach, das ist zu. Wenn gar nichts mehr geht, dann schenken sie einem eben die Ich-hab-mich-Lieb-Jacke. So, uah. Da werden die Psychopharmaka-Filgen-Zersamte. Ach ja, Psychopharmaka. Geht auch. Aber die Ich-hab-mich-Lieb-Jacken sind halt viel positiver veranlagt. Das hab ich nie gefunden. LARP ist la unnötig. Yay. Und ich kann's nicht mitnehmen, weil mein Messie-Inventar wieder komplett voll ist. Das erinnert mich schon wieder an C9. Schmeißt du den Dreck weg? Ja. Den kann ich wirklich wegschmeißen. Ich hör hier Lava. Wo ist hier Lava? Ich buddel mich jetzt mal in die Richtung. Ja. Das dürfte die richtige Richtung sein. Da hör ich auch irgendwoher ein Zombie hier. Fackeln hinsetzen. Boah. Ich hör irgendwas hinter mir tappeln. Das ist... ...schlimm, ey. Dieses Spiel weckt in mir Paranoia. Das ist nicht normal. Boah. Du Kackfledermaus hier. Oh. Alles... ...paranoides Viech. Und so. Muss mich jetzt mal wieder rausfinden. So. Oh, meine Maushand ist eingeschlafen. Da war Wasser. So. Gehen wir jetzt mal da. Ich hab keine Fackeln mehr. Drück halt L4. Ja, am besten, ne? Dann ist die Aufnahme direkt beendet. Dann sind alle Probleme für immer gelöst. Ja. Ich muss natürlich nicht mit dem Motel der Rutschein, dass du keine Fackeln mehr hast. Korrekt. Dann wiederum muss ich mich aber mit dem Problem rumschlagen, dass die Minecraft-Aufnahme dann beendet wird. Das hab ich nicht bedacht. Hier ist gerade eine Spinne und ein Creeper gestorben. Achso, das war ich. Okay. Ja. Wo zum... ...Hanker... ...finde ich hier ein bisschen... Ruhe da unten. Macht eure Suizid-Partys woanders. Vor allem du, du scheiß Dreckscreeper. Guckt mich nicht so blöd an. Da. Schaufel, komm. Ja. Wow. Die Explosion sieht verdammt geil aus. Muss ich sagen. Äh, ja, das ist... Ne, das ist ein Zombie. Der kann mich jetzt mal haben. Boah, klingt das ekelhaft. So eine Kacke. Ich will hier doch gar nicht sein. Du bist eine Spinne tagsüber auf mich aggro. Ich verstehe das nicht. Da muss nur ein bisschen Schatten sein. Dann sind die schon wieder voll angepisst, weil... ...dann haben die so... Du musst dir vorstellen, das sind so ihre Tage. Die sie dann haben. Die haben sie... ...immer eigentlich. Gut, dass du es sagst. Ach toll, jetzt muss ich... Ja, geile Scheiße. Ich will... Ich will... So, jetzt muss ich irgendwie wieder rauskommen, denn ich bin gerade einfach mal in ein Loch reingefallen und das, obwohl ich mir eigentlich kurz etwas Kohle abbauen wollte. Oh ja, wieder wunderbare Nervmusik. Aber von einem sehr geilen Spiel. Was denn? Von einem Spiel von Daedalic. Okay. Von Habeis Neue Augen, um genau zu sein. Das Spiel ist wegen uns sympathisch. Echt? Ja. Wahrscheinlich der für zu blöd für das Spiel. Ich finde das Spiel so geil. Ich feiere das richtig. Zumal man auch die Soundtracks sich legal auf der Homepage runterladen kann. Das darf man ja mal sagen. Weil die Soundtracks da sind wirklich cool. In der Beschreibung. Kann ich reinsetzen. Mach ich vielleicht auch einfach mal. Wisst du das nicht? So wegen Quellenangabe und so? Nö. Nicht unbedingt. Das einzige, was ich halt machen müsste, rein theoretisch. Na gut. Keine Ahnung. Obwohl, eigentlich dürften die noch nichts, oder? Ja gut, sie könnte theoretisch was sagen, wenn ich die, da ich die Videos ja monetarisiere, könnten sie natürlich was dagegen sagen. Aber dann nimmt sie einfach raus. Ja. Dann sage ich halt, okay, ja, dann monetarisiere ich die Videos halt nicht. Wo die Tracks dann halt drin vorkommen. Das ist mir dann mal, ja, relativ schnuppe. Sag ich jetzt einfach mal. Obwohl das eigentlich nicht so der Fall ist, aber egal. Äh, ich hab jetzt vergessen, wo ich lang gehen wollte. Scheiße. Naja, aber eigentlich bei, bis jetzt haben die, hab ich bei keinem In-Game-Soundtrack oder so, bisher Probleme gehabt. Enderman und Zombie. Na, fucking, klasse. Beruhigende Silenz-Hill-Nervenmusik. Die baut richtig auf. Da wird man immer so entspannt. Ich weiß ganz genau, dass du das nicht machen sollst. Es macht aber Spaß. Also, jetzt muss ich mein Licht anmachen. Und du bist schuld. Dann hab ich mein Ziel ja erreicht. Hm. Denn ich muss jetzt aufpassen. Du dir nicht weh. Sonst kamen hier die Creeper. Creeper oder Creepers. Genau. Und ich komm hier jetzt gerade nicht weiter. Na gut. Ich mein, es gibt ja nichts, gar nichts als am Halloween, als der Horrorfilm anzuschauen. Oh ja. Sehr zu empfehlen ist da übrigens Tanz der Teufel. Und die Klassiker. Freddy was Jason, Jason was Freddy. Boah. Aber wenn du was schön brust, brutal Böses sehen willst, was Hostel im Endeffekt mit links abstinken lässt, guck dir Tanz der Teufel an. Gute mir empfohlen, aber irgendwie hab ich ihn mir noch nicht angeschaut. Der Film ist der Inbegriff des brutalen Blutrauschs. Hä, um was geht's das doch? Halbwitz wird das in einem Video ja sagen. Äh. Warum nicht? Oh, SK-80, egal. Jucket. So, ich habe endlich Lava gefunden und ich... Boah, sieht das hier krass aus. Oh hell, Tafel, sieht das geil aus. So. Scheiße. Ich hab grad einen Eimer mit Lava weggeschmissen, weil mein Inventar voll ist. Nein! Naja, egal. So, ich habe, was ich wollte. Ich werde mich jetzt wieder förmlichst verpissen. Böah. Und im Hintergrund überall die Kack-Skelette. Ich hasse es. Wow. Alles voll mit Lava. Das ist übertrieben. Und ich darf nicht reinspringen. Böah. Oh oh. Ich sollte vielleicht mal einen Humpen essen. Also, wir können einen Mann so viele Tore sterben. Das ist wahrscheinlich bei uns, wenn einer der Peinlichsten ist. Ja. Alter! Diese Kack-Lava! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! aber, glaube ich, noch ein bisschen Kohle mit. Eine Hühnerfarm wollte man ja auch noch machen, oder? Äh, was? Eine Hühnerfarm? Ja. Können allgemeine Tierfarm machen. Und ich werde dann... Warum ist das? Achso, da ist eine Facke. Äh, vielleicht werde ich dann auch so eine nette, ähm... Äh... Ne, äh... Will ich so eine nette, kleine, automatische, ähm... Ja, Farm machen. Und es ist nachts. Scheiße. Habe ich erwähnt, dass ich sterben werde? Es rachter an heute schon, ja. Dann bin ich ja beruhigt. Ähm, aber zurück zum Plan. Ich werde dann eine nette, kleine, ähm... Farm bauen. Also so eine automatische, äh, Weed-Farm. Damit wir, äh, ganz gebütlich... So. Okay, jetzt muss ich nur irgendwie wieder nach Hause kommen, ohne zu verrecken. So. Stirb! 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 Du, au! Kackspinne. Oh, au! Skelet, 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 skelet. Ein armloser Zombie. Cool. Da-da-da-da-da. Ha. Ich feier die Musik von Haways Neue Augen und von Edna bricht aus einfach. Es ist göttlich. Ich... 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 Aua. Jetzt hab ich mir Fuß verstaucht. Verdammte. Au! Au! Scheiße. Kageee. Ich will wieder so... Ich will wieder so ein Scheißkopf. Weg, 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 weg. Es wird scheißegal, dass ich die Schaffel verbrauche. Ich will hier weg. 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 Oh, 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 oh. Das Haus. Das Haus. Und wehe, hier ist jetzt ein Creeper. Einfach rein, 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 rein. Und Tür zu, Tür zu, Tür zu. Hier ist eine Spinne. Glaube ich. What the fuck? Hier ist irgendwo so eine beschissene Kackspinne. Boah, diese Viecher, ne? So gut zerstören. Ja, wenn ich dann mal alles so... Äh, ja, genau. Kann man mit Pilzen machen. Ach, die Pilzsuppe, oder? Richtig. So, das kommt da noch mal rein. Rotten Flash kommt da rein. Flint packe ich rein. Das Holz tue ich dazu. Die Kohle tue ich mal dazu. Äh, da nehme ich mir direkt mal wieder was mit. Oh, da ist ja noch Eisen drin und auch noch Kohle. Dann packe ich das Eisen, was ich hier jetzt noch gesammelt habe, dazu. Und werde mich dann mal wieder... Weil ich ja noch nicht lang genug in so einer Höhle war... Ich ola mal Wurf... ...werde ich jetzt wieder nach unten gehen und die Monsterfalle weiterbauen. Bzw. das Spinnenverbrennungssystem weiterbasteln. Weil ich wieder in der Lage bin, ein Video zu machen, wenn ich wieder Zeit dazu habe, kommt halt das Ganze aus meiner Sicht. Genau, dann machen wir das nämlich alles so als Doppelaufnahme. Sprich, er nimmt auf, ich nehme auf und so weiter und so fort. So, so und so. Ja, sieht doch schön aus. So, dann muss ich nur... ...damit hier auch... ...diese Kackviecher spawnen... ...irgendwie dafür sorgen, dass es hier wieder dunkel wird. Also in dem Dungeon, wo die Kack...